Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er-Jahre. Der Live-Radio 90er-Podcast mit Silly Riegler und Andi Hohenwarter. Hallo, hallo, hallo. Oder ho, ho, ho. Wegen Hohenwarter? Ja, wegen Hohenwarter. Aha, okay. Hallo und frohe Weihnachten. Schön, dass ihr da seid. Hoffentlich habt ihr die schöne Weihnachten. Kommt das vor Weihnachten? Das kommt vor Weihnachten, ja. Am Tag vor Heiligabend kommt dieser Podcast. Okay, also anyway, frohe Weihnachten auf alle Fälle auch von uns an dieser Stelle. Als Weihnachtsgeschenk haben wir für euch heute keine Top 3, sondern weihnachtliche Top 4 an unnützem Wissen rund um weihnachtliche Fernsehserien oder weihnachtliche Filme. Einer der ultimativen Filme zu Weihnachten, obwohl er mit Weihnachten nichts zu tun hat, aber er läuft trotzdem immer rund um Weihnachten, ist die Stirb-Langsam-Reihe mit Bruce Willis. Und wenn ihr die jetzt einmal seht, sehr besinnlich, dann schaut auf ein genaues Detail. Da sieht man nämlich, welchen Tick der Bruce Willis hat, beziehungsweise welchen Tick-Tack in dem Fall. Es geht um seine Armbanduhr. Die trägt Bruce nämlich immer mit dem Ziffernblatt nach unten, müsst ihr mal schauen. Und das tut er eben auch in seiner Rolle als John McClane in Stirb langsam. Krass. Ist aber generell, muss man schon sagen, ein sehr spannendes Phänomen, oder? Dass zu Weihnachten immer solche Filme gezeigt werden. Und überhaupt, dass man Weihnachtsfilme 200 Mal anschaut, das tut man bei normalen Filmen auch nicht. Also Weihnachten ist das völlig wurscht immer. Verstehe ich das nicht. Nein, eigentlich verstehe ich es schon, weil man da so Kindheitsgefühle hat wahrscheinlich einfach, oder? Ja, das auch. Haselnüsse für Aschenbrüll, mittlerweile weiß ich auch, wie es ausgeht, aber trotzdem. Da muss ich dir auch noch was erzählen. Was? Ganz was Trauriges. Darf ich das erzählen? Ja. Ich glaube, das hat niemand mitbekommen, aber Aschenbrüll ist heuer gestorben. Ja. Wirklich? Ja, aber das war irgendwie im Juni, glaube ich, oder so. Das hat, glaube ich, keiner so mitbekommen wegen Corona und so, aber die ist heuer gleich da von uns gegangen. Aber die war ja gar nicht so alt. Nein, gar nicht. Woran, weiß man? Ich glaube, Krebs war da. Ach. Ja. Das wird echt traurig. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, gell? Nein, das hilft ja nicht. Sollen wir es nochmal weglöschen? Nein, das ist ja, wir ehren sie ja quasi damit, das muss ich erwähnen. Es ist traurig. Es ist echt traurig. Ja. Also das trifft wirklich jetzt. Es ist so, also, die hat uns ja durch die Kinder begleitet und dann nur drüber hinaus, wie du auch gesagt hast. Okay, trotzdem, jetzt auf Platz 3. Kevin allein zu Haus. Das ist mein Haus und ich werde es verteidigen. Und der, der Kevin gespielt hat, ist ja der Macaulay Culkin, der kleine blonde Junge, der da die Einbrecher vertrieben hat. Ich habe den Film nie gesehen, witzigerweise. Was? Nein, nie. Und reizt dich auch nicht? Willst du das dabei belassen? Ja. Echt? Ja, ich habe das Gefühl, mir fehlt auch nichts. Das ist wie bei dir in Dirty Dancing. Ja, genau. Irgendwann fangen wir dann an. Genau, irgendwann ist es zu spät, da umzudrehen. Aber du hast was Spannendes herausgefunden, nämlich, dass man den Macaulay Culkin ziemlich übers Ohr gehadert hat. Ja, also der war damals, als er den Vertrag für den Film unterschrieben hat, 10 Jahre alt. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was der für diesen Film verdient hat. Der Film hat international damals 457 Millionen Dollar eingespielt und Kevin hat für seine Rolle 100.000 Dollar bekommen. Das ist schon... Nichts. Ja. Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich spannend. So, und jetzt zu Prinzessin Fantagiro. Platz 2. Die Serie kann man auch immer super durchbinden. Die wird immer... ZDF Neo, glaube ich, hat die gezeigt, letztens vor zwei Wochen. Genau, genau. Den ganzen Samstag durch nur Prinzessin Fantagiro. Romualdo, ich kann nicht mehr sagen, wie lange ich auf diesen Augenblick warte. Kenne ich euch denn? Ich weiß nicht, wer ihr seid. Aber ich bin Fantagiro. Und da können wir ruhig spoilern, sonst müsste es halt jetzt schnell noch vorgehen. Die Serie hat kein Happy End. Aber das Ding ist, und das haben wir diese Woche eben gelüftet, sie hätte sehr wohl eins haben sollen. Ja, also es ist wirklich völlig unlogisch. Man weiß ja ab Folge 1, was da eigentlich irgendwann einmal schlussendlich passiert. Aber es passiert nicht. Also, die Folge 1, Fantagiro trifft ihren Prinzen Romualdo. Weiß man, ja, das wird irgendwo was werden, aber es wird dann nichts. Irgendwann im Lauf der Serie verliebt sie sich dann in einen Aries und dann ist irgendwann Schluss und sie ist nie mit Romualdo zusammengekommen. Das war deswegen so, weil eigentlich noch zwei weitere Teile von Fantagiro geplant gewesen wären. Aber es waren ja die 90er und da ist dann plötzlich, ich bin jetzt schon sehr gespannt auf den Schrei, Xena, die Kriegerprinzessin, aufgetaucht. Die war dann plötzlich voll trendy, Fantagiro voll out und ist damit abgesetzt worden. Und die letzten zwei Teile, wo sie mit Romualdo wieder zusammengekommen wäre, sind nie gedreht worden. Okay, ich spiele es jetzt ein, Xena, die Kriegerprinzessin, falls ihr euch nicht mehr erinnert. Xena folgte dem Ruf. Die Kriegerprinzessin, die ihre Stärke in wilden Schlachten erworben hatte. Ja, da war ihr Schrei. Die hatte immer so einen Kriegerschrei. Ah, die war wahrscheinlich mit Heidi Klum verwandt. Das klingt wie Heidi Klum im Finale bei Germany's Next Topmodel. Ja, ähnliche Tonlager. So, und last but not least. Platz 1. Der Grinch. Sie sind der, 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 der Grinch! Der grüne, weihnachtshassernde, der Grinch, oder was ist der Grinch? Äh, ein... Was ist auch Grinch? Ein Kobold oder? Na? Elf. War das nicht der Weihnachtself, der verzaubert worden ist oder so? Boah, ich hab das schon so lange nicht mehr gesehen. Schlecht vorbereitet. Mir fehlt das Hintergrundwissen zum Grinch. Aber dafür hast du ein cooles, unnützes Wissen. Jim Carrey hat für diese Rolle irrsinnig viel Zeit auf einem Sessel verbracht, auf dem Schmink-Sessel. Also für die erste Verwandlung, also das erste Mal zum Grinch gemacht worden ist, hat das ganze 8,5 Stunden gedauert, bis er fertig so ausgeschaut hat. Ab dann war es jeden Tag drei Stunden Arbeit, ihn so herzurichten. Und wenn man das jetzt hochrechnet, das waren 100 Mal Schminken, das heißt 300 Stunden ist Jim Carrey für den Grinch auf dem Schmink-Sessel gesessen. Und ich hab grad nochmal nachgeschaut. Es steht auch in Google nichts anderes. Eine grüne Kreatur steht mit Weihnachten auf Kriegsfuß und lebt einsam in der Höhle und du hast alles, was Freude macht. Ein wahrer Sympathieträger quasi. Ja, hast du das mögen? Ich hab den nicht so mögen. Den hab ich auch nicht gesehen. Den? Ah, wirklich? Also da muss ich jetzt sagen, das kannst du gerne dabei belassen, wenn das keine Weihnachtstradition ist. Das ist irgendwie, es ist so überdreht und nein, mag ich gar nicht. Ich bin auch, also Jim Carrey, ich bin ein Riesenfan von der Truman Show, aber der Rest von Jim Carrey. Achso, und nein, was war das, wo er nicht lügen hat können? Der war super. Der Ja-Sager? Nein, Ja-Sager war, glaube ich, der zu allem Ja gesagt. Aber bei dem anderen hat er nicht lügen können. Don't lie. Der Liar. War auch ein toller Film. Ja, wir hören uns dann, hören wir uns im nächsten, na nein, nächste Woche. Ja, wir sind da. Ihr hoffentlich auch, oder? Ja, wir hören uns dann, hören wir 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 uns dann. Vielen Dank.